Da, oder? Ist er das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wenn ich da jetzt gelooptet habe. Boah, der hat Fühler dabei. Ja Leute, das kann nicht so ein bisschen dauern. Boah, Haydl nehmen aber ein gutes Zeug dabei. Was soll jetzt schon aus, dass man da kurz drüber schaut? Oh geilo, das waren die Großen, gell? Ich habe mich auch viel gestört im ganzen Kampf. Aber das war irgendwie viel zu viel für meinen Computer, die ganzen Effekte mit dem Nekrofeuer. Es hat so geruckelt, also flüssig war das auf keinen Fall jetzt gerade. Ist halt jetzt irgendwie viel dumm, das hat mich auch sehr gestört. Aber... Ja, ist halt jetzt so. Ja gut, jetzt ist der eine Typ tot. Jetzt ist mein Quest wohl jetzt auch weg. Oh, den Quidion hätten wir ja zurückbringen sollen in seine Familie. Verzeihung, lieber Quidion. Ich glaube, du wirst deine Familie nie wiedersehen. Und deine Familie auch dich nicht mehr. Denn ich habe versagt. Okay, was ist denn da oben? Da ist die Schwarzgrube. Da müssen wir euch hin dem Dings da was bringen. Dem... Riker. Trompete des Todes. Ja, das hört sich ja super toll an. Schau mal, was ist denn das? Eine seltene Pflanzenart, die häufig als Unglücksbote gesehen wird. Selbst aber... Selbst aber jegliches Wetter übersteht. Von den Furchtlosen als Gebüsch vor dem Haus gepflanzt. Von den Furchtlosen. Aha. Sehr gut, jetzt los. Sehr gut los. Dann schauen wir mal, was ist da drin? Da ist wer. Strandschildkröte. Schööööön! Okay, gut, ich würde sagen... Wir schauen uns aber da noch um. Bevor wir jetzt in die Schwarzgrube gehen können. Auf der Karte sehen wir da noch eine Schildkröte. Mal schauen, was wir mit der machen können. Ich grüße dich! Ich verwandle sie jetzt auch sicher gleich wieder. Sagen, dass du Öl riechst. Meinen sie das? Sie sagen, dass du hier nichts weiter als tot riechst. Schnüffeln und fragen, ob sie den markanten Geruch von Schildkröten-Ausscheidungen meint. Den Kopf schütteln. Du riechst nichts. Du riechst nichts. Ich will die Schildkröte steigen und dich auf den Weg machen. Für so etwas hast du keine Zeit. Nein, nimm das Erste. Ihr habt's gewusst. Warum füttern die Tieren verfluchtes Fleisch, damit sie sich auch verwandeln? Jetzt rieche ich so viel in diesem Gebäude. Ich sage, dass du in der Freudenfeste einige seltsame Schildkröten getroffen hast. Wird sie sich auch in eine leere Wachtür verwandeln? Das Gesicht verziehen. Das klingt ekelhaft. Ich sage, dass sie eine seltsame Schildkröte ist. So viel steht fest. Sagen, dass sich das nach etwas anhört, was du beheben musst. Und nun das Erste wieder. Das ist korrekt. Die weiß, dass wir Gotter wegzahlen. Wie cool. die mieten immer oder so geht ja schneller in dem haus dort drüben des speichern vielleicht dann noch mal kurz heilrunde machen noch mal speichern okay let's go greischer schön auf abstand meine lieben was gibt es denn da leicht was ist denn das schiff ok 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 fein braucht geschwind seinen läuterungsstab wo ist er denn auch kommen wir noch dran Hallo? Flatsch, 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 ein Quillen-Magie-Punkt. Warte mal, was finde ich jetzt los? Zum Beispiel den Stab jetzt kurz gebe. Dann kannst du sie ja so quasi auch an Quellen-Magie-Punkt holen. Da oben ist er. Schnapp ihn dir los! Flatsch! Cool. So, dann gebe ich den aber wieder einen Fane. Warte mal, ich muss den Dings noch mal ausrüsten. Giftschaden ist auch nicht schlecht. Blitz und Wasser ist auch eine gute... Achso, einen Stab brauche ich... Achso! Ne, warte mal. Da sind wir richtig. Wasser... Ja, probieren wir es so einmal. Ja, wir sind so heiß, Leute. Aber es ist ja recht warm draußen heute wieder. Ein letzter schöner Tag sollte heute sein. Da drüben steht wer. Ich glaube, ich schaffe vorher mal runter. Oh, wo geht es denn hier hin? Also, ich sehe nur ein stiller Beobachter, da kann ich nichts. Ah! Aha, warum denn? Das Buch kennen wir schon. Die Docks sind gesperrt. Was gibt's denn da zu finden, vielleicht? Sehen wir uns dann gleich mal ein bisschen näher anschauen, würde ich sagen. Aber, gibt's da denn noch was? Da waren wir ja auch noch nicht. Da war der Kampf, okay. Da gibt's nix, da gibt's nix und das... Ist das auch ein Haus, oder? Achso, da. Okay. Gut, ich komme wieder aus. Das interessiert mich jetzt aber doch was bei den Docks. los ist. Deshalb, wenn wir mal ein bisschen kundschaften. Okay, wir machen halt erst einmal unten lang. Okay. Ich glaube, da können wir mal nicht weiter. Nee. Da können wir mal gut looten, ne? Po, wo geht's, wo geht's denn? Also, na! Oh, siehmt. Oh, siehmt. Oh, siehmt. Das ist ja so doof. Sybille, was? Was tust du da unten? Komm doch hoch zu uns. Wo ist der Raymond? Okay. Raymond, was tust du da? Seppil, bitte. Sag, dass du das Tor schla- äh, Tor knacken kannst. So rum. Danke. Das ist eine Ratte. Nein, ich mag mit der Ratte reden. Der Ratte skurriert näher zu den Korpsen und bärst ihre Fangen an dich mit einem protektiven Hiss. Ja, du das Fleisch nicht essen, das ist nicht gut. Die Nase rümpfen und anmerken, dass du der Ratte ihren Schmaus nicht neidest. Die Ratte zurechtweisen, das ist respektlos den Toten gegenüber. In das Erste. Die Ratte fragen, ob sie gesehen hat, was hier passiert ist. Natürlich habe ich das gesehen. Ich habe es auch gespürt. Diese Kreaturen stanken nach Todesangst. Ich musste nur warten, um meine Früchte hinzufahren. Anmerken, dass das ja reichlich Essen für eine einzelne Ratte ist. Es wird noch verfaulen, bevor sie es schafft. Das ist nicht alles für mich. Ich habe jede Menge Kinder zu versorgen. Und in ihrem Alter brauchen sie alles, was sie kriegen können. Okay, passt. Viel Spaß. Aber mich hat vorher nur looten dürfen, liebe Ratte. Das wäre echt super nett von dir. Da war jetzt zwar Brief. Verehrte Dame, leider kann ich euch trotz der angebotenen Summe Goldes nicht helfen. Der weiße Magister ist zu gut bewacht und ich hätte kaum Gelegenheit, meine Fertigkeiten gegen ihn einzusetzen. Ich empfehle euch, die Gegend zu verlassen, bevor er euch weiter bedrohen kann. Euer bescheidener Diener. R. Okay. Ihr könnt jetzt da reingehen, aber... Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich da jetzt einfach rein platze. Okay, da steht ein Beobachter, da kann nichts. Kann ich auf das Boot? Nein. Ich weiß nicht, das Ding hat irgendwas gesagt, von Tote lesen oder sowas. Ja, da hat das irgendwie so eine Fähigkeit, oder? Charakter suchen, untersuchen... Weiß ich nicht. So, ich tue jetzt hier nochmal speichern. Die Lowe's tue jetzt nochmal geschwind hochheilen. Und dann würde ich sagen, Überraschung. Hallo? Ja, genau, das bin ich. Aber warum denn? Raymond, ihm aufgeregt von deinen Abenteuern seit eurer letzten Begegnung erzählen. Die Feindseligkeit ignorieren und fragen, was sie mit diesen Gefangenen des Schwarzen Rings machen. Dich dafür entschuldigen, dass du hier eingedrungen bist und ihnen sagen, dass du selbst wieder hinausfindest. Sie scheinen nicht gerade freundlich gesinnt zu sein. Deine Waffe ziehen. Wie bitte? Unerwünscht? Wissen sie denn nicht, wer du bist? Ich nehme das Zweite. Ach, komm schon. Oh, verzeihung. Äh, das... Also, ich weiß nicht, ob das gut war, aber ich hab's gemacht. Also, hätte ich da jetzt noch nicht sein sollen, oder? Keine Ahnung, liebe Leute. Oh nein, jetzt bin ich schon da. Jetzt werden wir den Raymond auch erledigen. Massenbande, der Pine, was ist denn das cooles? Okay, die Lose ist dran. Okay, vielleicht sollten wir da dann... Also, dass wir nicht in der Linie sind, dass er da reinschießen kann, ist eben jetzt einmal... Ja, daher so. Schauen wir mal. Sie sind eher allergisch. Geil, hat gegen alles ein bisschen Resistenzen. Ach, Entschuldigung. Sehr gut. Soll ich vielleicht die Tür zu machen? Ja, vielleicht dann nicht schlecht, oder? Tschau. Haha, geil. Was denn denn die da? Bringen die die um? Ich mag... Äh, die müssten aber leben. Scheiße, die gern auf ihrem... Okay.